Große Favoritin, dann dahinter Puente und Cora. Das sind die weiteren, die fürs Finale eigentlich bereit wären. Kambunschi, die führt Weiss, ist eigentlich gut herausgekommen. Kambunschi zieht durch. Cora und Puente. 7.11 von Mushinga Kambunschi. Saisonbestleistung hier im Halbfinale. Ein weiteres Schrittchen Richtung die 7.03. Ihre persönliche Bestleistung, der Schweizer Rekord.